So, willkommen zurück. Wir werden die Aufgabe jetzt noch einmal versuchen. Ich bin wahrscheinlich tot. Ich schließe eine Wintertech Forschungslabor Mission ab. Also ich habe es jetzt schon zweimal probiert und jedes mal. Entweder sind die Leute rausgejoint oder es kam keiner dazu. Das sieht schon besser aus. Dann einer habe ich noch nie gesagt. Bitte bleibt draußen. Bitte starte die Mission noch nicht. Ach, schaffen wir schon. Selbe Level wie ich. Ich habe direkt schon gemerkt, hey, irgendwie ist es ein bisschen zu schwer. So, hier seht ihr den Ladebildschirm. Hier wisst ihr. Einen Like da lassen. Einen Kommentar. Am besten, wenn du noch kein Abonnent bist, ein Abo da lassen. Wegen dem Gewinnspiel unten, beziehungsweise die Passive Zahl. Einfach unten in der Videobeschreibung gucken, dass alles genauestens verlinkt. So, zum Beispiel erstmal hier Ruhe. Zack. 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 So, die haben die Surfer schon gefunden. Tag ist aufgewacht. Ach ne, ich muss hier immer noch einen Schutzbunker finden. Ich muss einen Schutzbunker finden. Warte, wir waren ja gerade eben erst hier. Das glaube ich hier muss. Da waren nämlich zwei Stück eben. Ich muss Schutzbunker machen, Hüllen und diese Wippen kaputt machen. Ja, da ist die Höhle. Sieht nicht immer am selben Punkt. Das macht kein Blödsinn. Ja, da ist ein Trafi. Ah, nicht runterfallen. Ach komm, ich hab das so eben auch gefunden. Ich hab das so eben auch gefunden. Da oben. Ja, da oben. Das ist einfach nur ein Haus. Eine Tagesaufgabe muss ich definitiv wegmachen. Ja, hier ist nichts. Weil sonst geht morgen keiner. Das ist auch nur ein Haus. Oh, was ist denn los hier in der Map? Oh, das ist auch ein stinknormales Haus. Ah, das ist doch dieselbe Map eigentlich. Das ist auch kein Schutzbunker, oder? Wie gesagt, es geht mir jetzt nicht um die Kiste. Es geht darum, um zu wissen, ob da ein Schutzbunker ist. Ja, so schön die Kiste auch ist, aber die Tagesaufgabe ist mir gerade wichtiger. Schon mal an Meditation gedacht? Oh, sonst sind die Überlebenden überall, ey. Wir haben einen Server verloren. Na gut, zu zweit werden wir da und schaut nicht. Mann, 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 Mann. Oh Gott, ich verteid mich gerade gar nicht. Da waren wir eben noch besser. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann und Mann. Oh Gott, ist auch Maus arbeiten. Mann, Mann. Oh Gott, ich bin her. Mann, 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 Mann. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Geht nicht Lama, ne? Oh, Lama fühlte ich mir jetzt hier auch nicht Ah, muah, realism Jaaah Wir dürfen nicht noch einen Server verlieren. Schütze den letzten Server! Die werden mal zu bieten. 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 ok dann lange anderthalb minuten nicht trocken ich habe das der stück nicht geht mache Ich bin auch in eine andere Richtung. Wir wissen schon, dass wir auf die Wörter aufpassen müssen mit der R2 rum eiern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. das war die aufgabe okay von anfang mal richtig gespielt ja so safe aber alle vier zum verteidigen schlopft das ist überhaupt jetzt nur fast unmöglich auf unserem normalen 40er niveau aber freut mich dass man es doch geschafft hat wie gesehen habe ich es sehr simpel einfach nur verteidigen aber ich glaube die beste variante ist echt reichlich fallen aufstellen und sich halt verteilen bei einer allein ein ding verteilen ist in meinen augen schon verdammt schwer finde ich zumindest mal nur anfang 40 bis oder wie ich in der 30 gucken wir mal was bekommen haben beziehungsweise haben irgendwas habe ich noch nicht bekommen die neuen lange habe ich leider noch nicht genug sommer die anderen ticke zahlt doch ich glaube so ihr wisst ja ladebildschirm like zeit kommentiert zeit wer noch kein abonnent ist jetzt zurzeit komm kommandant das solltest du hören seit dem unfall im labor läuft es in einer dauerschleife wenn ihr das hört bin ich wahrscheinlich tot so schnell sind wir in der laune ich ich habe eine kleine bitte an die kommandart weiter kämpfen in diesem moment gibt es leute im sturm die dich brauchen ich überlasse dir die basis du hast alles um die welt zu retten wenn du weiter kämpfst wirst du gewinnen ich bin zwar nicht da aber falls du nach mir suchst wirst du mich finden viel viel storytext besser wenn wir auf den mann hören kämpfen wir weiter gut darf ich jetzt er gibt es wohl nicht 50 tippe ich weiß ich ob es reicht gucken 100 so hier sammelt sich das wieder gar und langsam alles an der herr ist nämlich zu faulzumsitz oh gott eine million waffen ach bald mal die höchste zack mehrfaches wiederbewerten aber ich muss sagen ich habe mir schon lange keine waffen angestellt also wenn wir noch hier rumfliegen kann man immer gebrauchen noch für den erwischen acht zettel ich sag ja zurzeit so ich brauche irgendwie keine waffen als ich gleich machen muss muss ich mal munition machen hier lasse ich das jetzt auch mal ansammeln und level die einfach mal ganz langsam alle hoch aber das level von denen ist echt abartig also gefühlt muss ich da den ganzen das ganze jahr spielen kontinuierlich muss man hier schon aktiv sein so dann würde ich sagen was das halt mit der mission na schön zwei missionen machen ach ne zwei stück in einer mission machen so wie gesagt ich hoffe ich konnte euch helfen einfach die mission starten die vier dinger verteidigen oder guckt dass ihr wenigstens einen verteidigt kriegt so wie ich halt in dem sinne würde ich sagen haut rein